Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town mit dem Mipo, dem Kami, dem Poker-Gott, dem Noyce und dem Jones Gute! Hallo! Und ich brenne! Noyce steht hinten rechts in der Ecke Das geht doch schon wieder gut los Zwei Sekunden Ist einer gestorben da durch? Ich hab nichts gehört Einer schießt hier Ja ich Irgendjemand ist gestorben Irgendeiner hat hier noch rumgeballert Weiß nicht wer Was ist denn mit Kami? Das ist kein Autosniper Das ist die komische Jones wieso bist du verletzt? Ich habe angefangen Jones ist verletzt oder was? Ja, der hat in Molotow gestanden Ich wurde vergiftet Ja Bestimmt von Neu Zwei Neu steht da hinten Nein, ich stehe hier ganz hinten Wie soll ich denn mit dieser kleinen Pistol-Paffel-Scheiße auf dich schießen? Ja, du hast halt gutes Aang Achso, ja natürlich Die ganze Zeit hier auf dem Dach rum Mipu Maipu Ich hab doch keinen Schmarrn Kami, Kami Kami und Mipu Ach was Halt's hier zum Gerücht Ist doch nicht sowas Ist doch nicht sowas Ist aber so Doch Mipu und Kami Kami ist down Einer ist tot, der andere muss hinter dir noch irgendwo sein Glaube ich nicht Mipu Niiiils Auf geht's D Wo bist du denn? Haha Das wird doch eh schon gesehen Hab ich? Na hab ich nicht Pack den Mainlouncer wieder ein Ah, da hinten? Guck mal Ok, ist die Fliese Wo bist du denn jetzt hin, Alter? Ich weiß es nicht. Krasses Aiming. Aber ich seh dich ja nicht mehr. Ja, das ist kacke, ne? Oh, man kann nicht im Springschießen wie bei CSGO. Nice. Nice. Ich muss beim nächsten Mal erstmal gucken, wie die Range hier von dem Melanon schießt. Naja, ist keine Fernkampfwaffe, wenn du das... Voll aufs Haus nachgeschossen. Ich hab schon wieder nicht mehr auf dem Schirm mit welchen Waffen wir eigentlich beim Crater-Menü spielen und mit welchen nicht. Ist das nur die Silence AWP, die wir nicht nutzen? Alle anderen sind okay? Ne, diese... AK auch nicht, oder? AK und dann, glaub ich, diese Spatz-Max da. Ich glaub, die haben wir auch aussortiert, bin mir da aber nicht mehr so sicher. Hab ich jetzt die Waffe? Ich glaub, nice. Natürlich, ich hab noch nicht mal eine gefunden bisher. Du kannst die haben, da. Ich hab nur eine Diegel. Ne, ist mir egal. Aber die steilgedämpften waren erlaubt, oder? Ja, ja, ja. Preparing! Okay, Preparing. Hier oben liegen welche Neues. Ich will die gar nicht wissen, wo die sind. Hier liegt eine Gadel. Lass mich in Ruhe. Du bist bestimmt Traitor und lockst mich da nur hin. Nein, ich war noch nie Traitor und jetzt bin ich's auch nicht. Sicher? Ja. Hier unten schon wieder irgendwo explodieren gehört. Das war eine Incendary. Kavi, du kleiner Schlingel. Ja klar. Die Map-Mucke. Kennst du nicht Zelda? Hast du etwa eine P-Dux-Lücke? Nicht nur eine. Neues steht wieder hinten in der Ecke. Ja, ich hab hier einen guten Spawn. Die Runde eben schon mitgewonnen. Poker steht rum. Weil ich die Waffe wegwerfen wollte, aber da stand, ich hab nicht genügend Traum um die Waffe wegzuwerfen. Mhm. Ähm, Poker oder Mipo. Nö. Einer von denen hat die Ocarina gerade angemacht. Und es waren nur die zwei, die da in der Nähe waren. Ich weiß nicht. Ich bleib da wo ich bin, Alter. Was bitte ist ne Ocarina? Ich, keine Ahnung. Ich kann's schon mal nicht sein, weil ich nicht mal weiß wie das Ding aussieht oder was man damit macht. Das ist die ganze Zeit so, oder was? Nein. Also was man damit macht, sehe ich ja jetzt, aber... Naja. Geht das auch mal wieder weg, oder? Alter. Ich werde angeschossen, runtergefallen. Jones, du hast gerade eben auf mich geschossen. Hab ich gar nicht. Natürlich. Hab ich auch gesehen. Wo ist Jones denn? Ach, bist du denn so rot? Ich bin da runtergefallen von der Leiter, ich konnte wieder nicht klettern, Alter. Weil ich in der Pappnase bin. Die Leitern in dem Spiel und ich werde ihn auch nie freuen. Ahja. Könnte jetzt easy frag für Mipo sein, aber der schießt mir nicht ab, also er scheint kein Traitor zu sein. Richtig. Ich hab noch 13 AP. Also ich glaube nach wie vor, dass es Poker ist, weil der da vorhin so rum stand und dann dieses komische grüne Dingsbums kam. Also ich bin's jedenfalls nicht. Ich hätte Six schon dreimal abschießen können. Jones hat auf jeden Fall gerade auf mich geschossen. Ja, das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Deswegen schießt man ja auch fünfmal. Sorry. Hä? Woher willst du das überhaupt wissen? Weil ich hinter Six stand. Achso. Und du stehst hinter ihm? Was ist Poker? Hab ich gesehen. Das ist schön. Find ich auch. Ich hab Poker ja immer noch im Verdacht. Ja. Jens schießt. Jens hat geschossen. Jens sagt nichts. Jens verteidigt sich nicht. Ich hab nen Verdacht gehabt, aber ich hab nicht getroffen. Was war dein Verdacht? Willst du dich da mitteilen? Ich hab gedacht, dass es Poker ist. Ich wollte ihn mal anschießen. Mal gucken, wie er reagiert. Aber ich hab ihn halt nicht getroffen. Ja, ich glaub auch, dass es Poker ist. Ja, es kam. Oh, Jones hat geschossen. Wo ist denn dieser Jones, Mann? Ganz unten. Lippo, lass mich in Ruhe. Jens ist tot. Schieß dich nicht ab. Ich bin grün. Kannst du den confirm, bitte? Jens ist tot. On my way. Sonst hat er noch Poker getötet. Der liegt hier auch noch. Also ist Kami proven? Ja. Ich bin eigentlich auch proven. Weil Jones auf mich geschossen hat. Also Meepu und... Ähm... Nice. Ich hab 13 AP, ich mach nix. Genau. Ist Meepu nur noch bei dir? Genau. Ich hab nicht gesehen, wer es ist. Von wo? Er ist hier hinter den Bäumen. Nice ist es. Nice ist es. Alter, Nils. Hätte ich so oft abschießen können. AAAAAAAH! Nice. Poker ist es. Poker ist es. Ich bin die ganze Zeit an dir vorbei. Das war ich, der das komische Ding ausgelöst hat. Aber ich wusste nicht mehr, was das war. Ich hatte halt Schiss, dass ich Nils halt aus Versehen treffe und dann Minuspunkte kriegte. Das Ding hab ich ihn erstmal nicht abgeballert. Ja, ich hab halt den Friendshipbeam einfach reingejodet. Weil ich dachte so, na, vielleicht läuft da einer rein oder so. Ah, es hat nicht ganz funktioniert. Nicht ganz, ne. Was hab ich denn für ne Rotze hier? Ah, schon besser. Oh, ich hab die Negev. Beste Waffe, Juhu. Beste Waffe, Juhu. Loll. Ja, auf jeden. Da kam ich erstmal den selben Gedanken, ey. Huch. Ja. Ja, ob Sieg ist es. Alter, Jones, geh mir nicht auf die Ketten, ehrlich, ey. Nein. Nein, nein. Äh. Ja. Das Beste. Bei uns ist tot. Ich kuschel jetzt nicht hinter mich so ran, Alter. Geh weg. Nein. Lass mich in Ruhe. Ach, das ist so schlimm, wenn man das Spiel öfters miteinander spielt. Einer? Und traust einfach niemanden mehr. Ne. Das ist generell ein bisschen verkehrt bei dem Spiel. Aha. Geh weg. Jemand schießt hier mit ner Pumpe. Ja. Alter, Wipu verpiss dich. Dann. Ja. Hat Mipu gerade eben geschossen? Ich habe mich trocken. Du magst das wohl nicht, wenn man dir hinterherläuft. Nein. Lass mich in Ruhe. Kami hat Mipu gerade eben geschossen. Ich weiß nicht, wer dich ja. Ja. Ich kann auch nochmal in die Luft schießen, wenn du willst. Das war noch ne Frage gewesen. War nur ne Antwort. Ja. Ja und ballert rum. Ja und ballert rum. Ja und ballert rum. Komm auch in Richtung mir. Mein Verdacht geht auf sick. Ja. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Seh ich ihn gleich. Also wer ist es hier? Nils ist es nicht. Da oben war noch irgendwo einer der ist traitor. Wie da oben oder was? Da bei einem Haus irgendwo oben müsste. Ey. Nils? Ja. Oh man. Kami du stehst halt so weit weg ey. Ich treff dich halt mit der M4 nicht. Ich weiß aber nicht wo er hingelaufen ist. Er ist im hinteren Baum rein. Meine Fresse wie viel hast du denn noch? 45 hatte ich noch. Was? Das war aber ganz schön gemein. Ich musste mal ein bisschen Frust ablassen. Was? Das ist groß wie cool. Alles cool. Das Spiel. Also es ist nach wie vor so. Mhm. Das ich einfach keinen mehr tronen kann von euch. Auch nicht mehr beim CSGO spielen. Ja. Das ist echt richtig schlimm ey. Das wird auch immer schwerer irgendwie ausreden zu finden wenn du Traitor bist. Was ist das? Was ist das? Nichts sagen ist schon mal ganz gut im ersten Schritt. Innocent Wissen. Gut zu wissen. Ich bin die Treppe runtergefallen und hab noch Helfer. Hab weh. Nils lebst du jetzt noch? Oh. Äh mittlerer Ebene schießt übrigens einer. Ich hab die Emo. Ich hab die Emo. Ich hab die Emo. Doch doch ich bin noch am Stizzle. Du hast noch nichts mehr gesagt. Ah. Ich hab das Gefühl dass gerade irgendwo neben dem Schuss eingeschlagen ist aber. Ja weil ich da hinten in der Ecke die Leiter runter fallen bin. Jones läuft auf mich zu. Es könnte gleich sein dass das eskaliert bei uns beiden. Der hat ne Pumpe in der Hand. Das hat mich zu vergiften oder irgendwas gerade. Boah ich war's bestimmt. Ja ich wollte es probieren aber ich hab den nicht getroffen. Friendship Bee. Oh dieses Drecksding. Kami ist es nicht neben dem Steg. Hört ihr irgendwo Musik? Ne Kami ist es nicht. Ich steh direkt hinter ihm. Habt ihr gehört? Was? Ja. Hauka ist Traitor hab ich abgeknallt. Hast du den confirmed? Ja. Weißt du ob der auch den Friendship Bee gezündet hat? Ok. Deswegen hab ich ihn auch umgeschossen. Dann ist ein Traitor left. Das bin ich. Oh ihr knallt's irgendwo da? Na. Ja ihr brennt's. Ja ihr brennt's. Dieses komische grüne Dingsbums. Oh das hasse ich ne. Das bringt ja eigentlich nichts. Das bringt ja eigentlich gar niemandem was. Weil die Traitor sehen den einen ja auch nicht oder? Kommt drauf an. Kräuter können sich halt vielleicht ein Radar kaufen oder so. Ja aber bis die dann da sind wo man war sind die ja schon wieder weg. Normalerweise. Jones du versuchst das gerade so breit zu reden. Du hast das gezündet. Kami steht vor mir. Kami ist es. Bullshit. Mann. Yes. Geiler Kräuter fühlst du. Oi. Mit krieg ich heute auch nix geschissen. Ich leck dir grad das Zügelein. Komm her. Was leckst du mir grad? Das Zügelein. Alter bitte nicht. Du kommst halt grad um die Ecke wo ich den Fanship in der Hand habe. Kacke ne. Du hast heute auch extrem gutes Timing Luca. Was heißt ich kam grad um die Ecke. Ich war bestimmt ne Minute hinter dir. Nur du hast es nicht geblickt. Hier wird geschossen. Du hast ja vorbereitet. Irgendwie ist der Server leicht laggy heute. Das kann sein ja. Ich hab keine Probleme. Innocent. Ebenfalls. Ja also ich bin zufrieden. Da vorne laufen Joints rum. Na wie immer ne. Bei uns hau ab. Ja ja. Du guckst mich schon wieder so schief an der Seite an. Wenn das wie Kami immer macht. Ja ich find das nicht lustig. Kami guckt immer Fischi. Hör dir irgendwo die Musik. Hör dir irgendwo die Musik. Bin wieder Poker irgendwo dann näher. Ne. Ja. Mipu ist es. Erzähl doch keinen Schmarrn. Da ist Jones. Wo ist denn? Kann ich die Daumen treffen? Geht doch. Ah Nipu ist es dann. Also wirklich. Ah. Jones. Oh mein Gott. Jones. 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 Äh Jones sag ich schon. Ein Poker aus dir wird nie ein Snipergott. Nie. Und trotzdem versuchst du es immer wieder. Ich hab halt vor Poker die Bombe geblendet und er hat es nicht gemerkt. Echt jetzt? Ja hier. Herrlich. Ja wie soll ich es da auch sehen wenn ich oben auf dem Dach stehe. Ich seh dich da in der Erkennung. Ja man hat ja gewisse Sounds weißt du so eine Bombe ist ja nicht gerade leise. wieder nur eine Schrottwaffe. Da kannst du aber froh sein weißt du Poker dass die das bei CS gesagt wird Bombe ist being planted. Gleich wieder die Ultraflames die es hier heute gibt. Ja. Gerade noch rechtzeitig runter gefallen. Oh hier wird schon geschossen. Niemand tot oder was? Richtig hart penetriert. Ich weiß nicht was hier passiert ist. Oh diese Musik ist ja furchtbar auch gerne. Sei ruhig das ist die Zelda Musik ey. Beste Musik EU. Übrigens hab ich die ganze Zeit gerade mit dir. Äh gut geschossen. Boah Mipo verpiss dich ey. Hier verkehrt. Du stinkst halt einfach scheiße. Ja und? Naja. Du stinkst doch scheiße. Was auch geht doch nicht. Kann ein Buch halt nicht ertragen. Poker gammelt hier schon wieder komisch rum. Äh hier hat einer auf mich geschossen. Und das war einer von euch beiden da hin. Wer noch mal schießt kriegt ins Gesicht. Ja sick was. Ich schießt nach Autosniper rum. Ja. Zeck schießt auf mich. Wenn du gerade eben auf mich geschossen hast. Ich hab nicht auf dich geschossen. Geht das wieder los? Jeder einfach auf jeden schießt. Na einfach mal random reinhauen. Alter! Äh noise ist es. Noise ist es. Wo? Hinten in den Baum rein. Nein! Ich weiß halt nicht an welchem Baum der stehen soll. Ja ganz hinten links auf der Map. Wer auch immer hier vor mir steht. Ich hab einen nervösen Finger. Ja. Das bin ich. Ja. Du weißt nicht wo Nils ist? Ich hab den noch nicht gesehen. Ich hab halt gesehen dass da hinten Leute gestorben sind. Ich versteck mich. Genau da wo du hinguckst. Dahinten ist er. Ja ich hab den da wirklich noch nirgendwo gesehen. Immer noch da hinter den Bäumen irgendwo rumrennen. Da liegen auf jeden Fall zwei Leichen. Da ist wohl ein Friendship Beam runtergekommen. Du musst mit allen Mitteln arbeiten hier. Ich hab da. Ah Kami. Kami auch oder was? Ja. Okay. Verkackt hat er's. Nein. Sehr schön ey. Ich dachte schon Carmen wird dich jetzt machen einfach. Oh fuck man. Heute ist halt solche irgendwie. Ich weiß nicht. Heute ist kein guter Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh ne wir hatten gewonnen. Äh 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 äh. Der Mipu hat gewonnen mit 40 Punkte. Und der Rest ist wieder uninteressant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.